Mehr Geld in Ihrer Kasse mit Hörbüchern? Wollen Sie schon immer mal wissen, wie Sie mit Hörbüchern mehr Geld machen können? Dann lesen Sie meinen Ratgeber. Wollen Sie Ihre Hörbücher an Ihrem eigenen PC produzieren? Kein Problem, denn ich zeige Ihnen, wie Sie Ihren Computer zu einem Profitonstudio aufrüsten können. Und das fast zum Nulltarif. Denn schließlich sollen Sie ja mehr Geld in der Kasse haben. Und wie sollen Sie Ihre eigenen Hörbücher an den Mann oder an die Frau bringen, um mehr Geld zur Verfügung zu haben? Auch darauf weiß ich clevere Antworten. Lesen Sie meinen Ratgeber. Hörbücher erleben zurzeit einen unerhörten Boom. Und dieser Höhenflug wird anhalten. Denn viele Menschen hören lieber, statt zu lesen. Und mit dem Lesen kenne ich mich aus. Denn ich habe fast über 54 Ratgeberbücher selbst geschrieben. Um an diesen Hörbücher-Boom teilzuhaben und damit mehr Geld zu machen, habe ich inzwischen einige dieser Bücher vertont und zu Hörbüchern gemacht. Und, was soll ich sagen, seitdem klingelt meine Kasse stärker denn je. Machen Sie es doch genauso. Machen Sie mehr Geld, indem Sie Hörbücher produzieren. Was brauchen Sie dazu? Ihren PC, ein durchschnittlich gutes Mikrofon, einen guten Text, eine Gratis-Software für den Audioschnitt auf absolut professionellem Niveau. Bekommen Sie mit dem Buch von mir dazu. Und natürlich das Wichtigste, mein Ratgeber, Super Profit mit Hörbüchern. Mein Buch zeigt Ihnen, wie Sie sich diese lukrativen Verdienstmöglichkeiten für mehr Geld erschließen. Dabei kann ich Ihnen jetzt schon sagen, jeder Mensch kann Hörbücher produzieren. Ich beweise es Ihnen. Mein Ratgeber ist zudem ausführlich und in sich abgeschlossen. Sie brauchen nur dieses Buch und natürlich ein kleines technisches Equipment. Dann können Sie schon loslegen und mehr Geld verdienen. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Hörbücher anschließend am besten vermarkten. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunline.de, auf dem YouTube-Kanal. Unter diesem Video finden Sie den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Untertitelung des ZDF, 2020